Achtung an alle Arbeiter des Sägewerks! Haltet die Augen offen! Ein Störenfried wurde gesichtet und wir können uns nicht leisten, dass unserer Holzfällerausrüstung zu Schaden kommt. Besonders die Lasersenken. Wir brauchen sie, wenn wir zu den alten Eichenladen im Aussichtsberg kommen. Aber, wisst ihr, ihr solltet euch dabei immer noch amüsieren. Klar, wie viele Leute haben schon das Glück, für Geldwälder holen zu können. Ihr habt alle ein Heilenglück. Vergesst das niemals! Untertitelung des ZDF, 2020 www.tau-teu-teu-teu.de Motivation Smärbt Sch Silence Schmeier Höch knows Achete Sie 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 Du kannst den Safe erst öffnen, wenn du alle Hinweise aus der Umgebung des Unterschlupfs gefunden hast. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Und... Und... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020